Hey KI, kannst du mir für den heutigen Tag ein Outfit raussuchen? Guten Morgen, Nalogo hier ist dein Outfit für den heutigen Tag. Hi. Hi, hast du Lust ein Kaffee mit mir trinken zu gehen? Oh ja, voll gerne, ich war eh gerade am Weg in die Stadt. Ah, warte kurz, ich habe eine Nachricht von meiner KI. In deinem Terminkalender ist heute leider kein Treffen mehr möglich. Du musst noch Aufgabe 1 und 2 für die Uni erledigen. Hey Jule, sorry, ich kann doch nicht, mir ist was dazwischen gekommen. Bitte packe jetzt deine Sachen und sei um 18 Uhr zu Hause. Ich habe bereits eine Mahlzeit für dich ausgesucht und bestellt. Vor der Tür steht ein Taxi für dich bereit. Eine detaillierte Emotionsanalyse der letzten Wochen hat ergeben, dass eine Trennung von deinem Freund unumgänglich ist. Künstliche Intelligenzen übernehmen immer mehr unseren Alltag. Durch eine technische Innovation soll es bald möglich sein, jegliche Entscheidung an die KI-Software zu übertragen. Expertinnen warnen vor einer Übernahme der Bevölkerung durch die KI und befürchten fatale Folgen. Handwer Hopefully Künstlicheolution Künstliche Intelligenzen Ber Treffen Vielen Dank.